So, weiter geht's. Die Geschütze schalten wir aus. Ja, das ist ganz wichtig. Und jetzt können wir mit den Rohstoffschiffchen rüberfliegen. Und wir nehmen eines, und ich glaube, die sind geeignet. Die sind, glaube ich, geeignet für, mit denen können wir wieder auf Rohstoff sammeln gehen. Und wir fliegen erst mal hier vorne hin. Mit ihnen hier in die Nähe hin. Einmal hier hin. Mutterschiff. Auch da vorne einmal zum Rand hin. Kann auch ein bisschen Basisverteidigung geben. Einmal hier hin. Und hier vorne gibt's hier eine Menge Rohstoffe, die wir aufsammeln können. Jetzt müssen wir mal schauen, wo sind noch Feinde? Hier vorne sind viele Geschütze. Das ist ein Fall für die dicken Pötte hier. Die sollen die beiden hier bitte ausschalten. Wir benutzen weiterhin Klaue und gehen vom passiven Modus auf den neutralen Modus. Und greifen diese beiden Schütze hier an. Aber nicht mit denen hier. Die lassen... Mit denen, wisst ihr was? Wir brauchen ja im Augenblick die kleinen Geschwader nicht mehr, weil wir keine Angriffskorvetten haben. Bomberproduktion complete. Die lassen wir mal zurückfallen. Die sollen reparieren. Die schicken wir mit dem Reparieren Befehl zurück. Andocken und reparieren. Ins Mutterschiff. Und mit dem anderen machen wir das auch. Die kaputt sind, wenn dann repariert. Es geht relativ schnell. Danach fielen die wieder raus. Im Augenblick sind es nur die hier im Einsatz. Und hier vorne ist unsere Rohstoffflotte. Sehr schön. Das Gelbe sind Ressourcen, die die einsammeln können. Wir geben mal den Anbindbefehl Rohstoffgewinnung. Und einem von denen, den Befehl, den wir links, stattdessen Datenturm übernehmen. Ich glaube, der kann das machen. Hier vorne geht's auf die Geschütze drauf. Noch mal den Angriffsbefehl bitte geben. Hier drauf. Den Kampfjäger müssen wir uns eigentlich auch kümmern. Wir kümmern uns wieder um die Begleitflugzeuge. Da wird der Datenturm zurückerobert. Das ist schön. Ich bin ein zu weit nach rechts rüber. Der wird zurückerobert von einem der Rohstoff-Sammler. Das ist das Mutterschiff. Und die, die geheilt werden, fliegen, die geheilt werden müssen, fliegen rein. Die geheilt worden sind gleich wieder raus. Und hier sind neue. Sehr schön. Hier sind neue entstanden. Und die Flotten kommen wir hier. Die fügen wir den anderen hinzu. Die schicken wir auch nach rechts rüber. Turm wurde übernommen. Aber einen der drei Datenturme unter Kontrolle. Die Korvetten schicken wir da auch rüber. Und dann bilden wir wieder eine gemeinsame Gruppe. Das sind nachgebaute Aufklärer und Abfangschiffe. Ich glaube wir lassen die dort in zwei Gruppen zusammen. Das ist mir zu viel Micromanagement. Wir gehen mal auf F4. Und wir schicken mal alle Abfangjäger hier hin. Und wir schicken alle Aufklärer auch hier hin. Die fassen wir gleich zusammen. Und wir schnappen uns hier einmal alle Railgun Korvetten. Und schicken die hier in die Mitte hin. Eines der Rohstoffschiffe wird kaputt gemacht. Das müssen wir uns gleich mal anschauen. Mal schauen wo das ist. Ein Rohstoffschiff hat Probleme. Welches ist das? Eines von denen muss beschossen werden. Es ist das hier. Warum ist denn das hier rüber geflogen? Okay das kann man nicht mehr retten. Das ist schon so gut wie drauf gegangen. Das können wir nur noch umbauen. Wir können versuchen das zurück zu schicken. Aber die sind nicht reparierbar. Das ist alleine vor geflogen. Deshalb können wir uns gerade nicht kümmern. Weil hier links zu wenig Ressourcenpunkte waren. Deshalb. Wir fassen hier vorne mal die drei anderen Gruppen zusammen. Also die die mit dem Angriff auf Dickens gemacht werden können. Einmal die Railgun Korvetten. Hier vorne hin. Dann einmal die Floppenbomber. Hier hin bitte. Dann einmal die Angriffsfrigatten. Auch hier hin. Da bilden wir gleich mal eine gemeinsame große Gruppe. Soll ich den In-Game-Sound leiser machen? Wenn ihr wollt kann ich das machen. Wünscht ihr euch einen leiseren In-Game-Sound? Ich mach das hier für euch und nicht für mich. Sag mir gerne Bescheid. Wenn ihr wollt kann ich weniger Bombast drauflegen. Kein Ding. So und jetzt fassen wir die alle zusammen hier. Abfang Jäger. Wir haben Scopes auf eine hostile Umplacement. Update wie gebraucht. Auf keinen Fall heißt es alles gut. Da sind die. Dann haben wir die Aufklärer. Hier. Wie viel haben wir von denen? Wir haben nur noch drei. Da brauchen wir mal welche hinterher. Wir haben sehr viel verloren. Fassen wir schon mal zusammen zur Gruppe 1. Gruppe 1. Reinforced. Dann können wir mit der 3er Gruppe mittlerweile die nächsten Geschütze angreifen, glaube ich. Die ist perfekt geeignet. Wir gehen einmal hier oben auf. Das ist eine Plasma-Korvette. Die müssen sich jetzt nicht schnappen. Die Plasma-Korvette, das ist jetzt für die Abfang Jäger wichtig. Einmal Delta, einmal neutral. Das sollte reichen. Und bei der Großkampflotte sollten wir sogar ein bisschen denen aus dem Weg gehen. Und eher das nächste Geschütz unschnappen. Wenn wir einen sehen. Das sehen wir aber gerade nicht. Wir bilden als Formation eine Klaue. Das ist besonders aggressiv. Die schnappen sich hier vorne jetzt. Die Corvette? Haben die sich schon geholt, ne? Da vorne ist die Corvette. Recon-Produktion complete. Und das haben wir geschafft. Sie zerstiebt. Dann rüber zu der Hauptgruppe. Die können, glaube ich, nicht zum Barbarieren zurückfliegen. Wir haben die Spezialfähigkeit noch nicht benutzt hier. Jetzt können wir uns, also ich würde gerne noch ein paar Geschütze aufnehmen, ausschalten und dann gehen wir zu den weiteren Datenturmen rüber. Ich würde erstmal alle drei Punkte in der Mitte ausschalten hier. Das heißt, wir fliegen jetzt einmal dort oben hin. Mit einem Dreier-Trupp und kümmern uns um dieses Geschütz. Hier oben. Um das hier. Wir haben hier oben hin. Und mit dem Einer-Trupp auf die Schiffe. Auf die Plasma-Korvette. Das ist gut. Dann haben wir hier ein paar neue Schiffchen mittlerweile konstruiert. Das sind die Aufklärer. Die sollten dort oben mitfliegen. Und noch neue Abfangjäger sind da, von der Bar. Auch hier hin, bitte. Die Begleitfregatten schützen weiter an das Mutterschiff. Die Rohstoff-Sammler. Wir haben hier noch vier. Wo sind sie? Die sind hier unten unterwegs. Wir bauen die fünfte erstmal nicht nach. Wir könnten mal eine Sonde bauen unter Opfern, um Sicht zu bekommen. Achtung. Da ist eine Plasma-Korvette. Den wollen wir mit der Flotte hier aus dem Weg gehen. Wir fliegen schnellstmöglich mit ihnen wirklich hier hin. Ein Sammler geht auf die andere Seite. Echt? Wo ist der? Der muss zurück. Hier vorne bitte wieder hin. Das kommt zu früh. Ist der was? Genau. Der muss wieder zurück. Jetzt wollen wir hier, die sind jetzt komplett, die einer Gruppe wieder auffüllen. 10 Aufklärer, 24 Angriffsjäger. Und die sollen nicht die Geschütze kaputt machen. Die sollen tatsächlich nur den Begleitschutz geben gegen die Korvetten. Und hier sind nur ein paar Geschütze. Die schalten wir jetzt der Rhein noch aus. Die schalten wir jetzt der Rhein noch aus. Mit denen her. Zuerst das Geschütze hier links bitte. Target set. Helm. Full burn. Nachbauen. Die Aufklärer 10 reichen eigentlich aus. Wir bauen hier noch 5 weiter. Begleitfregaten sind immer noch da. Auf einen Rohstoffsammler verzichten wir quasi, weil er gleich wieder sterben würde. in Anführungszeichen. Interceptor production complete. In position. Waiting out. Tracking stable. Clean load. Hier geht es jetzt hin. Auf dieses Geschütz. Standing beyond your track. We've got you covered. We have scopes on a hostile emplacement. Update. Verrängern zu feuern. Ready to copy. Entstanden. Relax. Jetzt greifen wir dem das nächste Geschütze an. Das machen die von alleine. Zauberhaft hat geklappt. Klasse. Hat funktioniert. Jetzt werden die beiden Geschütze ausgeschaltet. Es war hier noch eins. Das ist das nächste bitte. Einmal hier hin. Und den hier geht es soweit so gut. Wir gehen nun mal zurück zum Mutterschiff. Und schauen mal. Wie es denen geht. Hier sollten wir ein paar neue Schiffe konstruiert haben. Bomber production complete. Die schicken wir rüber. Zu der anderen kleinen Flotte. Also hier hin. Mhm. Mhm. Klasse. Zwei Datentürme uns noch schnappen. Jetzt ist erstmal der Geschützturm hier oben dran. Angriff auf ein Geschütz. Ist irgendwo eine Plasma-Corvette in der Nähe? Ich glaube nicht, ne? Angriff auf ein Geschütz. Ist irgendwo eine Plasma-Corvette in der Nähe? Ja. Das ist leider hier. Das Geschütz detoniert. Wunderbar. Wow. Klasse. Okay. 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 Die hier vorne. Die fassen wir mal zusammen. Und dann gehen wir auch einmal zurück zum Mutterschiff. Ähm. Fliegen und reparieren. Andocken. Das können die Großen nicht. Aber die können repariert werden durch die Begleitfregatten. Das hier ist das Mutterschiff. Okay. Sicher hat sich das nicht verkeilt. Das geht bitte hier vorne hin. Kann das sein, dass wir wieder ein Problem haben mit einem Rohstoffschiff? Ja. Wo ist es? Fliegt wieder alleine rüber. Unfassbar. Einmal zurück bitte. Wir geben mal allen Rohstoffschiffen in Befehl, dass sie sich bitte hier mal versammeln sollen. Und jetzt heilen wir mal aus. Das haben wir uns richtig verdient. Wir haben ein paar Reparaturschiffe. Das sind die drei. Und die sollten glaube ich... Können die die Dicken auch reparieren? Ich hoffe das ja. Also die einer. Das sind die hier. Hostile Turret detected. Updating Screens. Angriffsfrigatten reparieren. Das machen die schon von alleine. Mutterschiff. Mutterschiff ist hier vorne. Sind hier alle alle repariert? Nein nicht. Einmal reparieren bitte. Das ist die Dreierflotte. Und wie fit ist die? Die sind relativ fit. Es ist die Frage, ob die Begleitkorvetten die reparieren können. Oder ob die nur... Ob die zu klein sind dafür. Wir müssen das mal ausprobieren. Hier vorne ein Rohstoffleitschiff. Mal gucken, ob das repariert werden kann. Durch die hier vorne. Durch die Begleitfrigatten. Mal gucken, ob das... Es klappt. Wir können die Rohstoffleitschiffe reparieren. Sehr cool. Nein, das ist nicht die erste Mission. Die für heute, aber nicht die erste insgesamt. Auch für heute die erste. Meines Release fragte El Gu am Montag. Am Montag den? 13.05. Mit allen Worten morgen. Sag ich mal den Live-Zuschalen. Und da ist ein Link. Der wurde gerade im Chat gepostet von Black Panther. Danke an Matthias. Und der Klick führt auf die Homepage. Mehr Infos zum Spiel. Auch zu den Systemvoraussetzungen. Zu den Editionen. Zu den Kaufmöglichkeiten. Folgt gerne den Link. Und schaut euch alles an. Achtung. Oben steht Werbung. Weil der Stream hier finanziell unterstützt wird. Vom Publisher. Von Gearboxen. Auch die Videos, die dabei entstehen. So steht oben Werbung. Sehr schön. Die Rohstoffleitschiffe. Das hier würde ich auch gerne reparieren lassen. Wo ist das? Das kann man auch reparieren lassen. Sagen wir mal den anderen. Bitte einmal hier reparieren. So und noch ein paar Schiffe nachbauen. Wir haben ein Limit von 75. Wir könnten ja noch ein paar weitere Flotten Bomber bauen. Eine Railgun Corvette kann man nachbauen. Der Rest passt. Wir kommen gut durch. Wir könnten auch schon mal ein weiteres Rohstoffleitschiff bauen. Jetzt müssen wir zwei weitere Turme noch einnehmen. Das heißt, wir müssen die beiden Datentürme einnehmen. Die Tunneleingänge sind echt zu klein und zu tricky. Wir müssen Kontrolle über die zwei restlichen Data Spire. Wir sind eher... Wir sind gerade wo? So etwa in der Mitte. Wir könnten hier runterfliegen und rechts uns durcharbeiten. Ich glaube, irgendwo weiter hinten war der Ausgang aus der Karte. Ja? Das heißt, wir schnappen uns, wenn alle repariert sind. Und die sind alle repariert. Alle Schiffchen und fliegen hier unten runter. Hier vorne wieder hin. Hier hin zurück. Hier unten hin, bitte. Das heißt, einmal mit dem Mutterschiff hier vorne hin. Wir können sogar hier dazwischen ziehen. Auf diese Höhe hier, damit uns keiner angreifen kann. Etwa so. Einmal hier hin mit dem Mutterschiff. Die Dreierflotte auch hier hin, bitte. Erstmal fassen wir alle zusammen wieder zu neuen Flotten. Einmal ein paar neu gebaut. F4 markierte alle. Das heißt, die Flottenbomber bitte einmal hier hin. Bomberproduktion komplett. Die RL-Gun-Korvetten auch einmal hier hin. Und dann hatten wir die immer zusammen eingesetzt mit den Angriffsfregatten. Und dann schnappen wir uns einmal die Abfangjäger. Die schicken wir auf die andere Seite. Und packen die mit den Aufklärern zusammen. Hier hinten hin. Was passiert jetzt? Prima, das haben wir jetzt gemacht. Und ist das hier vorne. Die neue Gruppe 3. Passt. Gruppe 3. Reinforced. Und das hier. Mit Ausnahme des Mutterschiffs natürlich. Das ist die Gruppe 1. Und jetzt können wir die wieder einsetzen. Die fliegt jetzt auch hier oben hin. Und die bitte auch. Mittlerweile komme ich auch ganz besser zurecht mit dem, ähm, mit diesem Spezialbefehl V. Mit dieser Bewegungsscheibe. Mittlerweile klappt das ganz gut. Muss ich ein bisschen reinfummeln. Es gibt ein Tutorial. Es gibt zwei Tutorials. Das habe ich euch nicht gezeigt. Die habe ich vorab gespielt. Da geht es vor allem um Bewegen und um bestimmte Kampfbefehle und so weiter. Insgesamt ist das ein Spiel, das eigentlich nicht Wert drauf legt, finde ich immer wieder, wie schnell man klickt. Wir können ja problemlos jederzeit mit, ähm, ihr seht das ja unten bei der Spielgeschwindigkeit von Komplettpause und von 0,25 Geschwindigkeit halbe, drei Viertel eine, das jederzeit problemlos verändern, wie wir wollen. Also schnell klicken ist nicht. Und die Anzahl der Befehle, die es gibt, die werden allmählich mehr, wenn man die Storykampagne durchspielt. Aber das ist nicht unübersichtlich groß. Ich finde, das ist ein Spiel, das ganz gut, das einem viele Variationsmöglichkeiten gibt, je nachdem, wie man so selber drauf ist. Ob man der, der ist, der so mit Tempo und Karacho und auch Verluste hinweg da durch will, oder ob man eher so jemand wie ich ist, der so ziehen will und mitbekommen will, was, was wo passiert. Man kann das Prinzip, das Spiel gibt einem eigentlich alle Möglichkeiten, ähm, sich anpassen zu lassen an die eigene Spielweise und an die eigenen Spielerpersönlichkeiten. Sowas finde ich persönlich immer sehr angenehm, wenn Spiele einem das erlauben. Es gibt haufenweise Spiele, die anders funktionieren, wo die Entwickler eine bestimmte Vorstellung davon haben, wie ihr spielgefällig zu spielen ist und andere Möglichkeiten gar nicht erst anbieten. Das ist hier erkennbar anders und das finde ich sehr, sehr angenehm. Korvet ist in Position. Jetzt sind fast alle da. Ja. Die fliegen noch rüber. Und da kommen wir an. Jetzt geht's rüber zu den nächsten. Ziehen einmal oben rum. Und kümmern uns um den Datenturm hier vorne. Ja. Und das Schiff ist ein Stückchen vorgeflogen. Wir nutzen noch die Deckung hier vorne. Fliegen einmal mit dem Einer-Trupp hier hin. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Das Schiff ist in Bezug. Wir haben irgendwelche Schiffchen zurückgelassen. Ich glaube wir haben die Rohstoffleitschiffe, die sind noch hier unten. Die schicken wir mal unten nach. Was ist das? Im Augenblick dezent hilflos. Einmal hier hin. Ich glaube lieber noch ein bisschen weiter in Deckung. Reicht eigentlich die Rohstoffleitschiffe hier hin zu schicken. Datastream verliert die Paket zu den Gästen. Filter für L-Band auf Transmit. Da sollten die schlecht gesehen werden können. Wir könnten wieder mal eine Sonde rüberschicken. Wir bauen mal eine Sonde. Oh Gott, wir hatten ja noch Sonden. Wo sind die denn? Hier vorne sind noch Sonden, ne? Ne, Begleitfreakten hier. Die sollten eigentlich das Mutterschiff bewachen. Fliegen, wir sind in Bezug. So. Und irgendwo haben wir noch Sonde? Ist da hinten noch eine Sonde? Haben wir da eine Sonde? Die hat überlebt. Die Sonde hat überlebt. Das ist ja nicht zu fassen. Lass uns mal schauen, ob wir noch mehr Geschütze aufgreifen können. Dass die noch lebt, ist unglaublich. Die schicken wir einmal rüber. Hier vorne hin. Da haben wir irgendwo noch eine Sonde, glaube ich. Irgendwo ist noch eine Mini-Sonde. Seht ihr denn die nächste Sonde? Ein einzelner Abfangjäger, der da hinten nichts zu tun hat. Unfassbar. Den lassen wir mal zurück. Irgendwo muss noch eine Sonde sein. Wir bauen mal eine neue. Irgendwo ist noch einer. Sondation complete. Da ist sie. Jetzt habe ich auch die andere Sonde entdeckt. Die nehmen wir jetzt und schicken die einmal rüber gucken. Probe launching. Die Sonde hier vorne. Die schicken wir mal auf die andere Seite. Damit wir alle Geschütztürme gesehen haben. Einmal hier hin. Schauen, was die aufdecken. Liebe Grüße an Seba. Hi. Grüße an Mörb und an deine Leute. Lieben Dank, dass ihr rüber gekommen seid. Hallo Sebastian. Ganz liebe Grüße an euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.